2. Liga-Absteiger 1. FC Magdeburg hat wie erwartet Stefan Krämer als neuen Trainer verpflichtet. Der 52-Jährige unterschrieb beim früheren Europa-Cup-Sieger einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende Juni 2021. Krämer hatte zuletzt den KFC-Jürdingen trainiert und im Vorjahr zum Aufstieg in die 3. Liga geführt. Er ist klar in der Kommunikation und besitzt ausgeprägte integrative Fähigkeiten, welche er in den Dienst seiner Mannschaft stellt, sagt Mike Franz, Leiter der Lizenzspiele-Abteiligung des FCM über Krämer. Ähnliche Herausforderungen hat er bereits mit Arminia Bielefeld und Energie Cottbus mit Erfolg bewerkstelligt. Let's block X. Why? THE END THE END THE END THE END THE END